Servus Leil. Ich bin gerade wieder unterwegs zum World. Mal schauen ob ich einen Baller zum Bounce und Opala. Es ist ein bisschen schwer mit einer Hand da aufzukallen. Ja und ich denke ich freuen, wenn ich auf dem Video 5 likes maximal schafft. Wenn wer weiß wie man auf Handy streamen kann, der kann mir das auch in die Kamis schreiben. Ich möchte gerne mal als nächstes einen Gaming Stream oder so machen. Oder ein Fischerspiel. Wenn ich die Fischerspiele jetzt abwäge, dann geht es gleich an, dass keiner fluchtet. Mal schauen, mal schauen. Ah! Das Zerzinger-Besteckel. Das Zerzinger-Besteckel. War wird ein Ballarm starten. Ja, das Zerzinger-Besteckel. Soll ich ein Ballm. BAM! Bist du weg? Hätte das der Ompa umgehackt worden. Das haben wir geschnitten. Da haben wir gewittert. Da ist noch Holz auf dem Fall. Wenn ich wurscht, ist ich mal... Das würde ich jetzt sagen, nochmal scheiße. Wenn ich wurscht, dass ich mir mal eine Kamera für bessere Qualität tue, jetzt wo ich in die Kamera schreibe. Da wollten wir so Base bauen. Und über Nacht nehmen. Ist aber nicht so richtig gut gegangen. Wir haben noch Feierzeit noch von uns. Geht aber noch. Es wird aber rostig. Scheiße, Dreck. Wie ist das nicht schein? Die Natur. Ich liebe es. Nach dem Bauch und immer woher zu wohnen. Nachbarn haben wir so einen riesigen Noster aufgenommen. Wir sind aber dabei beleidigt. Wir haben ihn umschneiden und rösten. Das ist die Aussicht der Durchfalle. Das ist jetzt noch kein gutes Material zu finden. Ach, scheiße. Eine Ahnung. Und wenn ihr fragt, was ihr denn leckt? Ich hoffe, das ist Österreich. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich muss das Deutsche anschauen. Ich bin warm. Da ist ungefähr elf, zwölf Jahre alt. Ich bin jetzt dreidsam. Und so ist es, seitdem ich ernst bin, wenn ich da in der Nähe von Wochen immer brauche. in der Nähe von Wochen immer brauche. Ich habe die Frau wieder geblühtet. Ich habe den Baum hergeklext. Oh, Mann. Da haben wir ein bisschen gekocht. Ich zeig mir, ob die auch... Ich zeig mir, ob die auch... Ich zeig mir, ob die auch schlicht. Ich zeig mir, ob die auch schlicht. Das sind da hinten. Wo die Erden sauber aufgewogen worden ist. Sieht mir schon gescheit. Ich bin schon noch ein Noob. Und wie wir das machen, hat das jetzt... Geile Aussicht. Da unten der Bach. Der Bach. Da hinten heißer. Und da komplett hinten. Das sehe ich wahrscheinlich. Da hinten irgendwo ist ein Stadion. Ich zeig euch, mein Deich. Mein Nein. Das müssen wir noch fertig gestalt werden. Da unten. Das kleine Teil da. Da. Wenn ihr wollt, dass ich mal... So ein Wetter mache, wie ein Bach. Fisch. Dann könnt ihr mehr rennen. Das sind die ganzen... Äh... Schreiben. Ich zeig dir voll. Da wo keiner. Oh, ich lehne. Wenn wir mal schauen durch die Worte, was wir noch finden. Da haben wir den... Apropos da haben wir den Bamm umgehockt. Der ist dick, der Bamm da. Ah! 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 Äh! Du weißt nicht, wo du es gelungen hast. Nein, nein. Dann noch kurz. Morscht. Dann schaust du euch reißen. Dann auch den Bamm. Schwer! Schaust du reißen. Dann noch kurz. Guckenprozess. Den weich her, da wollte ich es gestorben. Jetzt hast du dir durch aufgegangen. Sorry für den Kölzer, wenn ihr ihn gehört habt. Alter. Glanzieristisch. Ja, glanzieristisch. Wie das anstrengend ist, ob wir so einen... ...stallen Weg aufgekommen. Das kann man jetzt verschieben. Das kann man jetzt verschieben, so. Wer... ...unterneffen wollt, wohnt... ...der kann es auch gerne... ...einschreiben in die Kommentare. Ich liest sie nämlich durch. Ich grüße euch sogar. Wenn ihr in die Kommentare schreibt. Er sagt, bitte schreibt. Wenn ihr die größten Wurz von mir. Kommen wir wieder zum oberen Stützpunkt. Wenn ihr da ein bisschen weiß aufs Tablet drin drin... ...das ist die Ka noch. Da tue ich ab und zu so Spaßfischen, wenn ich Bock hab. Geiler Bauch. Da ist ja gleich schön frisch aus. Ich muss nicht kratzen, Entschuldigung. Wahrscheinlich hat es jetzt auch scheisse Aufnahme gehabt. Die Bohnen. Ich hab ihnen das gerade im Schuh gehabt. Das sticht die ganze Zeit. Sticht genauso wie Öl. Ich hab meine Finger gesehen. Entschuldigung. Ich zoome hin. Erkennt man jetzt, der Gscheiter. Da hinten doch. Das ist das Haus von den Nachbarn. Da haben wir Holz gearbeitet. Ich zeig euch das ganze Hulz. Das ganze Stau, das mich da umgehackt hat. Das ist das ganze Stau. Ich schaue durch. Ich schaue durch. Ich schaue durch. Da hinten, da ist der Hulshaufen, neue mit umgeschnitten Kurven, hinten ist gerade der Hulshaufen, der hat uns einen Offen, dann liebe Barbe Krüße gehen raus an ihnen, oi, was ist denn da passiert, in der Baum, ist so ungehockt, alter, anscheinend ein ungehockt, glaube ich, also, so geil, eine geile Bank, da, ja, da rutscht man hoch, ansonsten, ein schein hoher Barmer, bist total besagt, das glaube ich keiner, wie hoch der Olle sind, und jetzt mal, da holt er mich aus, und ich zeig dir diese Lille-Karte, seig, nee, Wenn ich wusste, dass ich da noch mal ein längeres Video mache mit meinen Freunden, dann könntest du es in die Kommentare schreiben, und wenn euch das Video gefallen tut, oder gefällt, sprach ich an der Bubble, entschuldigung, dann könntest du es auch gerne teilen mit euren Freunden, das macht das Holz, ah! Ah! Mal Wolltschurchwerk, nice! Jetzt hat einen diesen Bauer, der Wollt, naja, hockt da oben! Ach, da sind Morsche Barmer da hinten! Morsche, Morsche, Morsche! Jetzt sind Morsche Barmer, mit Maldung auf dem Bahn, und kommt, ob die Bier kommt, aber, na, 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 so muss der Olt, denn ist ja noch Barmer! So, ich bitte den letzten kurz mal vergutachten! Ich warte schon mal meine Freude, aber schon länger her! So, scheint zu, scheint zu, Mulzi! Das Schnaufen jetzt! Entschuldigung, der Ausstecker! Ah! Verzahlt sich richtig! Scheiße! Mein Handy!